Musik Applaus 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 Moin moin liebes Publikum hier in Hamburg und moin moin liebe Netzhocker, unser Comic-Talk konnte sein Nomaden-Dasein beenden, wir haben ein Zuhause gefunden in Hamburg bei Alsterfilm, wir dürfen unsere Sendung jetzt immer aus einem richtigen Studium machen, ich könnte weinen, verglücklich tue es nicht, mein Make-up würde verwischen. Mein Name ist Hella von Sinn, ich liebe Comics und das teilen meine Gäste und Gästinnen mit mir und ich darf Ihnen bitte vorstellen, unsere heutige Runde, äh, begrüßen Sie bitte mit mir Naomi Fearn. Applaus Applaus Naomi Fearn konnte sich als Zeichnerin einen Namen machen, in dem Sie 14 Jahre lang bei der Stuttgarter Zeitung einen Comic. Ja, knapp, genau, ja. Den Zuckerfisch, der ist danach auch dann nochmal, hat den Weg in die Bücher gefunden, war aber jetzt ein Zeitungsschritt. Genau. Und, ähm, sie ist nicht nur Zeichnerin, sie ist auch eine wundervolle Musikerin und sie hat die Vorspannmusik zu unserer jetzigen Show neu gemacht. Ja. Mit ihrem Kollegen von Sticky Biscuits. Genau. Deinem Freund, äh, dem Mark, äh, den muss ich aber nicht Englisch aussprechen. Nee, der ist aus Greifswald, da kannst du... Oh, aus Greifswald. Mark Seestet, du bist hier, Mark. Applaus Und, äh, das Schöne ist, der Mark, der ist jetzt hier nicht nur, um dich zu supporten, sondern ihr werdet am Ende der Sendung ein wunderschönes Lied performen. Genau. Und zu meiner Rechten, hier in Hamburg, muss ich Ihnen nicht vorstellen, die Legende, Lotto King Karl! Applaus 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 Ich bin mit den Bombeck Green Boys, bist du, äh, zugange. Und ihr macht jetzt im Mai, habt ihr ein neues Studioalbum? Genau, es gibt am 12.05. ein neues Album, heute war die Ankündigung, dass man ab jetzt auch vorbestellen kann, ähm, damit wir die beiden Alben auch wegbekommen, die wir gemacht haben, und, äh... Was für eine Auflage, 100.15? Äh, nicht so viel, es sind schon, es sind schon, es sind schon, es sind schon ein paar Tausend mehr, aber, ähm, ist unser erstes Album, äh, seit sechs Jahren. Ja, wir werden es alle kaufen und hören. Das ist eine gute Idee. Übrigens ist jetzt frisch erschienen von dir ein Band von Osterix und Obelix. Osterix, Voyebriden. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich möchte gerne vorher den wunderbaren Volker Roban begrüßen. Robran. Robra, Volker Robran. Bleiben wir beim Vornamen. Beim Volker, Vornamen. Das ist der Volker. Der wird in Zukunft glücklicherweise immer hier sitzen, denn im Gegensatz zu mir ist er ein Experte, er moderiert auch hier bei Massenbeschmack TV eine Sendung Sakura. Und, Lotto, ich weiß, du bist natürlich als Stadionsprecher auch und Hamburg meine Perle und so, totaler Fußballfan. Du bist aber auch ein Comic-Fan. Oder würdest du sagen, nö, die haben mich gefragt, weil ich Hamburger bin mit dem Astroids, ich hab sonst mit Comics nichts am Arsch. Eigentlich war es so, also tatsächlich ist es so, dass ich, ähm, es ist verkehrt rum. Was ist verkehrt rum? Das Buch. So, so ist es richtig rum. Jetzt ist es richtig rum. Ja, also ich halte das schon lange genug in die Kamera. Vertrauen jetzt. Also, so ist es richtig, genau. Natürlich, so ist es richtig. Nein, und ich hab ja auch in Vorbereitung auf diese Sendung mal wieder Comics gelesen und ich glaube, ich hab, ich hab überlegt, ich glaube, ich hab vor 40 Jahren das letzte Mal ein Lucky Luke gelesen, aber ich hab mich eigentlich für Comics immer sehr interessiert, so, aber das ist dann irgendwann so, ähm, ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil ich dann eher andere Bücher gelesen hab, aber ich fand's jetzt sehr interessant, also, das, und ich hab auch in den Vorgesprächen festgestellt, dass ich, äh, mehr Ahnung von Comics hatte, als ich gedacht hätte. Ja, ne? Ja, weil ich hatte ja mal so gesagt, so, 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 wie das denn, so diese klassische Karriere, es fängt so bei Bussi Bär an und geht dann über Bon Bon. Das hab ich zum Glück übersprungen. Ne, geht dann über Bon Bon zu Fix und Foxy. Fix und Foxy, das war's. So, und dann kommt Zack. Ja. Und bei Zack bist du auch sehr schnell so bei so Sachen wie Corte und Maltese und so und das gibt's, glaube ich, immer noch, ne? Ja, das wird jetzt, äh, das besprechen wir in der nächsten Sendung. Ja, ich wollte den Cliffhanger jetzt schon mal bringen. Ja, absolut, sehr professionell, danke dir. Lieber Chris, komm mal bitte, Schatz, weil du hast direkt bei der Übersetzung von diesem Orsarex, Boye, Boye, Briden, genau, auf der ersten Seite meine Lieblingsbehandel verprökelt. Und vor allen Dingen, du hattest ja viel mehr Freiheiten als wir. Wir haben letztens Weihnachten, äh, ähm, für die Simpsons, wir haben die Simpsons auf Deutsch gemacht, äh, auf Kölsch. Auf Kölsch. Auf Kölsch, mit Monika Salchert und Conny da Scheele und ich. Hör mal, und diese, dieses Simpsons-Syndikat, die sind ganz schön streng. Da war nix mit mal eben hier improvisieren. Wir mussten uns da klar wirklich an alles halten. Und du durftest ein bisschen improvisieren, indem du deine Fußballliebe hier definitiv mit unterbringen durftest. Ja, also ich hab zu Anfang gefragt, wie eng das sein sollte, weil ich fand diese reinen Mundartübersetzungen dann auch immer auf Dauer ein bisschen langweilig. Weil man kennt natürlich, man ahnt ja, wo ein Dorfes hinausläuft bei Asterix. Und, ähm, deswegen wollte ich so ein, klar, die Geschichte ist ja vorgegeben, aber ich hab oft gefragt, ob es ein bisschen freier sein kann, weil ich glaube, dass es dann auch irgendwie lustiger wird. Und, äh, wir haben eben auch so ein paar Sachen mit eingebaut, die, glaube ich, auch diesen Geist von Asterix so ein bisschen auch featuren. So ist es zum Beispiel, das Rugby-Spiel findet tatsächlich am Rugby-Stadion statt, wo wir dann diese Bundesstraße in London auch korrekt bezeichnet haben. Also wer es jetzt nachgucken will, findet das. Und die Szene, auf die du anspielst, wir haben diesen beiden. Die werde ich jetzt mal eben unserem geneigten Publikum bekommen. Okay, es geht ja um die beiden Fußballclubs von Hamburg. So, ihr kennt ja alle Asterix und Obelix. Und da müssen ja die Piraten, die müssen ja dauernd scheitern, ne? Egal, wem sie begegnen, ob einer römischen Galliere oder eben unseren berühmten Gallier. Und da gibt es ja diesen sehr, sehr alten Wikinger, der dann immer ein kleines lateinisches Schnarch-mich-an-Zitat hat. Deswegen durften wir auch in der Schule Asterix und Obelix lesen, weil unsere Lateinlehrer das sehr unterstützt haben. Und er sagt im Original, ich habe mir das im Original Asterix bei den Briefen nochmal angeschaut, er sagt im Original, oh die glücklichen Landleute, würden sie ihr Glück doch kennen, auf Lateinisch. Du hast aber sehr pfiffig von der Hymne You Never Walk Alone, hast du auf Lateinisch übersetzt When you walk through the storm, hold your head up and high and don't be afraid of the dark. Und das fand ich leider sehr komisch. Und du hast mir gerade eben hinten erklärt, dass du diesen Text auch wirklich original in Lateinisch übersetzt hast. Ja genau, cum ambulaveres in temestate take et noli. Man muss es eigentlich wie der Papst so vorlesen, dann ist es besser. Cum ambulaveres in temestate take et noli, timere, tenebrast altum kaput. Ja, ja, ja. Ja, du musst es eigentlich. Naja, ich habe, also Obelix ist natürlich HSVer, weil er ja auch gewinnt. Und er spielt ja quasi in der Champions League dann mit, sowas gab es ja hier auch mal. Und er hat eine Hose an, in den Farben Schwarz-Weiß-Blau, deswegen passt das sehr gut. Und ich habe gedacht, da muss ja der andere Verein in Hamburg auch dabei sein und die Piraten und St. Pauli passt ja ganz gut. Und deswegen habe ich gedacht, dann lassen sie ihn doch auf Latein die ersten beiden Zeilen von You Never Walk Alone machen, der Hymne vom FC Liverpool. Du hast das sehr gut gemacht und ich meine, obwohl ich Rheinländerin bin, ich habe gestern meinem Schatz, der Monika, das vorgelesen, also laut gelesen. Ich habe versucht, das mit ein bisschen Hamburger Slang da zu interpretieren. Und wir haben sehr gekichert. Wir fanden das wirklich sehr schön und frisch. Und habt ihr gut gemacht. Glückwunsch. Danke. Jetzt würde ich gerne noch von meinen anderen Gästen wissen, wie das mit den Comics kam, Naomi. Bist du als Kind, du bist halb amerikanisch, bist aber in Deutschland geboren. Genau. Geboren und auch die meiste Zeit gelebt. Mein Vater ist Amerikaner und klassisches kaltes Kriegskind und gezeichnet, weil kann ja nichts anderes. Und eben, was man in der Schule immer nebenher gemacht hat. Und das ging dann nahtlos über, dass ich während meinem Kunststudium schon den ersten Comicband gezeichnet habe für Zuckerfisch. Den dann an die Zeitung geschickt habe, beziehungsweise die mich für ein Special wollten über die Weihnachtsfeiertage. Und ich dann natürlich großspurig behauptet habe, weil mein großes Vorbild die amerikanischen Zeitungscomics sind. Ich kann euch jeden Tag eingeben, worauf sie meinten, ach du, einmal die Woche reicht. Was mir auch das Genick gerettet hat, weil wenn ich das hätte jeden Tag machen, das hätte ich nach einem Monat nicht durchgehalten. Was waren die ersten Comics, die du gelesen hast? Die ersten waren wahrscheinlich tatsächlich auch Asterix. Meine Mutter war leidenschaftliche Archie-Comics-Sammlerin. Ich weiß nicht, wer von euch die so kennt. Im Zweifel Volker. Aber auf Deutsch gibt es da gar nicht. Die haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Hast du die in Englisch alle gelesen? Ja, na klar. Da habe ich mein Englisch her de facto. Also Archie-Comics auf Englisch gelesen. Und dann natürlich, wie gesagt, die Zeitungsstrips. Also Doonesbury ist ein politischer Strip, den ich sehr liebe. Und dann natürlich die Klassiker, so Calvin and Hobbes und so Sachen. Und das Schöne ist jetzt, dass ich tatsächlich, also der Zuckerfisch ist zu Ende. Bei uns fällt eine Dekoration von den Tapeten. Die Ruhe bleibt. Die Ruhe bleibt. Wenn Sie ein schöneres Bild haben wollen, hängen wir das direkt nochmal wieder auf. Auf das Brokat. Ist euch das wichtig, Chef? Als Hintergrund? So, einfach weiter. Dann pinnen wir es wieder drauf. Nö, einfach weiter. Einfach weiter. Okay. Sorry. Nee, und das Ding ist, was jetzt eben, also der Zuckerfisch war ein autobiografischer Comic. Das waren meine Freunde, ich, zwei sprechende schwule Hasen. Wer waren die? Tatsächlich ein Freund von mir, der als Türsteher gearbeitet hat. Und der innen drin wirklich ein ganz liebes Häschen. Ein schwuler Hase war ja. Voll. Und da waren das eben, also diese Privatgeschichten, also mein Patenkind zum Beispiel, für die ist es völlig normal, die ist jetzt 18, dass sie quasi, seit sie winzig ist, in der Zeitung vorkommt. Und das war damals auf der Kulturseite, das heißt, es sollte explizit nicht politisch sein. Und es war aber einfach toll, weil du alles, was dir passiert ist, quasi da mit rein. Ich weiß nicht, ob du in deinen Fußballansagen irgendwas Privates mit reinmachen kannst, wahrscheinlich nicht. Naja. Jetzt ist es ganz unten. Jetzt ist es ganz unten, genau. Naja, wenn du zwei Jahre Relegation hast, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als auch was Privates zu sagen. Und der Vorteil an dem Job dort ist ja der, dass man keinen Kardiologen mehr braucht, wenn man den Abend überlebt hat. Aber bei Musik ist natürlich was. Musik ist sehr persönlich, ja. Wieso hat das dann beendet? Hast du es beendet? Oder hat die Stuttgarter Zeitung gesagt, wir können keinen Comic mehr brauchen? Das war tatsächlich, also über die Jahre sind auch die Redakteure um mich herum immer weniger geworden. Den Zeitungen geht es ja auch nicht so dolle. Und ich habe wirklich die ganze Zeit durchgehalten. Und deshalb war das dann, als sie sagten, jetzt ist es mal gut, habe ich gesagt, okay, nach dreizehneinhalb Jahren, da ist es auch völlig okay. Musik war immer parallel oder hast du mit der Musik erst danach angefangen? Musik ist erst so seit acht, neun Jahren. Und das Schöne ist, ich habe jetzt aber kürzlich, also ich hatte jetzt quasi anderthalb Jahre Pause und jetzt seit drei Wochen mache ich für den Tagesspiegel in Berlin, die kamen auf mich zu. Und da mache ich für die Mehr-Berlin-Beilage samstags jede Woche einen politischen Comic. Hey! Hast du Protagonisten oder machst du, wie eine Cartoonistin bebilderst und kommentierst du das Geschehen? Na, das war, und zwar explizit ist es die Koalition, die jetzt Berlin regiert, also Rot-Rot-Grün. Und das ist quasi da die Obersten, also der Michael Müller, der Bürgermeister, dann Ramona Popp von den Grünen, Klaus Lederer von der Linken. Und das sind kleine Charakter, die und die wohnen zusammen in einer WG. Nein! Wie schön! Das ist sehr süß. Und das heißt, du musst ziemlich viel Zeitungen lesen oder gerade Berliner Zeitungen. Du lest doch auch noch in Stuttgart, oder wo? Ne, jetzt bin ich inzwischen in Berlin. Ach, du bist auch in Berlin, ja, dann ist es ja vor der Tür. Ja. Ach, da muss ich mal drauf achten. Und es ist heiter. Was? Es ist heiter. Hast du schon Resonanz bekommen? Ist tatsächlich, tatsächlich Ramona Popp auf Twitter selber gleich am ersten Tag voll drauf eingestiegen, meinte, Klausi, Michi, ihr macht den Abwasch. Schön! Und ich hatte, der Lars von Törne, der auch für den Tagesspiegel über Comics schreibt, der hatte ganz lieben Artikel am Anfang zur Einführung gemacht. Und eine der Fragen war, naja, ist es schwierig, dass ich das jetzt so an realen Personen orientieren muss? Und ich sagte, na, das musste ich früher in der Stuttgarter Zeitung auch. Bloß da waren es meine Freunde. Und das heißt, wenn die nicht zufrieden damit waren, dann konnte ich denen einfach ein Bier ausgeben. Das ist jetzt schwierig. Worauf Klaus Lederer meinte auf Twitter, ich würde auch ein Bier betrinken gehen. So ist es nicht. Sehr gut, sehr gut. Drei Leser habe ich. Dann viel Erfolg damit. Danke. Volker, wie bist du zu Comics? Ich wollte es auch erzählen. Wenn ich dich jetzt einen Nerd nennen würde, fändest du das komisch? Oder würdest du sagen, nein, und ich bin auch stolz darauf? Ich kann es ja recht weg, ich muss mich ja damit beschäftigen, weil ich ja auch davon lebe, weil ich ja noch ein Ladengeschäft habe, sozusagen. Aber das war eigentlich nur die Entschuldigung dafür, sich auch als Erwachsener noch mit Comics zu beschäftigen. Du bist schon ein Nerd. Du warst auch immer ein Nerd. Ja, natürlich. Als du lesen konntest, hast du angefangen mit Comics. Lotto hat es vorhin erwähnt, so in den 70er Jahren, Zack hieß das Magazin, mit dem ich auch angefangen habe. So mit sechs, sieben Jahren und das ist ja nun schon ein paar Jahrzehnte her mittlerweile. Wir sind ein Jahrgang. Ja, haben wir gerade festgestellt. Wir sind beide dieses Jahr 50 geworden. Ja, ich bin 59, ich habe aber auch Zack gelesen in dem Alter. Das gab es auch lange, Zack. Das gibt es auch immer noch, oder? Und dann kam alles, was dazu kam, von Bessie, Fix und Foxy und wie bei dir auch, Disney, Superhelden und solche Sachen. Und eigentlich hat es nie wieder aufgehört. Und dadurch, dass man dann versucht hat, tatsächlich das auch so zum Beruf zu machen, davon zu leben, weil du einfach Bock hast, dich mit dieser Materie zu beschäftigen und was machst, was du nicht als Arbeit empfindest. Und dann habe ich angefangen, auch so ein bisschen Artikel für Magazin und Zeitschriften mal zu schreiben. Oder mach mich jetzt hier halt mit breit. Ja, sehr schön. Was glaubt ihr, was ist die Schnittmenge von Comic-Fans und Horrorfilm oder Splatterfilm? Was glaubt ihr, ist da die Schnittmenge? Comic-Fans und Horrorfilm. Und das ist ein schönes Wenn-Diagramm, das ist, glaube ich, so halb zu 50 Prozent, oder? Ich bin immer noch ganz geschockt, dass Berlin überhaupt eine Regierung hat. Das wusste ich gar nicht. Du bist so schockt. Nein, aber ich glaube, die Schnittmenge ist relativ groß, die Schnittmenge. Also nach den Büchern, die wir hier vorher gelesen haben. Es gibt natürlich noch mehr, glaube ich, Horrorfilm-Fans als Comic-Fans, aber die Schnittmenge dürfte ordentlich sein. Dürfte ordentlich sein. Und deswegen kommen wir zu unserem ersten Büchlein heute Abend, bitte. Das ist Survivor Girl von Tauber, Römling und Liasch. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Das ist beim Zwerchfeld Verlag erschienen. Und das kostet tatsächlich sein Geld. Das kostet 16 Öcken. Und ich finde, es ist jeden Cent wert. Alleine durch das Cover. Sie machen die ganze Form als eine VHS, eine alte VHS-Videokassette. Inklusive FSK-Logo und Videothekenaufkleber. Genau, genau. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und die Protagonisten, die kennt man. Vielleicht kannst du da kurz was sagen mit den Toten. Da habe ich über Erlangen neulich Kontakt zu gehabt. Das hat mir überraschend gut gefallen, die Toten. Der Ingo Römling ist ja dabei, der als Autor ist. Genau. Und die Toten, die hier auch hinten bei uns stehen. Ja. Genau. Naomi möchte auch was dazu sagen. Zwerchfell ist ja mein Hausverlag, wo auch meine Comics erschienen sind. Und ich finde, Ingo ist, also behaupten, wir haben so viele tolle Zeichner in Deutschland, aber ich würde sagen, Ingo ist der Beste zurzeit. Können wir gleich noch was zu sagen? Vielleicht wollten wir erst mal den kleinen Film gucken, in dem uns der Survivor Girl vorgestellt hat. Sehr gut, dann wisst ihr wenigstens, wovon wir sprechen. Ja. Selfie mit Zombie und Serienkiller. Für Survivor Girl Phoebe eine der leichteren Übungen. Zu Beginn des Sommercamps stellt Phoebe fest, dass sie sich nicht in bester Gesellschaft befindet. Doch Serienkiller Helmut sorgt für Abhilfe. Und bringt einfach alle um. Christopher Tauber und Ingo Römling schufen mit Survivor Girl einen klassischen, chronologisch erzählten, Comicstrip, der unter Mitwirkung von Kim Leersch beendet wurde. Doch statt in einer Tageszeitung erschien Survivor Girl zunächst im Internet. Aber jetzt liegen die Strips mit den vielen Anspielungen auf Horrorfilme in Papierform vor. Nach dem verlegerischen Motto, wenn im Internet kein Platz mehr ist, kehren die Comics in die Bücher zurück. Du sagst wirklich, er ist der Beste, den wir haben hier? Im Moment würde ich sagen, auf jeden Fall. Also er macht ja auch, er zeichnet ja auch Star Wars Comics. Er macht seine schöne Serie Mark & Max. Und der kann, also das Schöne ist, dass er auch alles kann. Also eben von diesen Steampunk-Geschichten bis zu so einer Stripsache. Und dass er sich da auch nicht zu schade ist und sagt, was soll ich damit? Sondern dass er sagt, nee, das ist genau so ein Format, möchte er zwischenrein mal raushauen. Darf man sich das trauen zu sagen, das ist im Moment der beste deutsche Zeichner? Ja, also auf jeden Fall ist er auch einer, der eben international arbeitet, der eine eigene Albenserie hat, der unheimlich viel macht. Es hat ja leider dazu geführt, dass er selber nicht die Zeit hatte, diesen Survivor-Girl richtig zu Ende zu führen. Deswegen haben wir am Ende ja so einen Zeichnerwechsel. Sie haben ja eine Manga-Zeichnerin, Kim Yish, noch dazu genommen, die dann sozusagen das Ende gemacht hat. Weil der Römmling tatsächlich so viel zu tun hat und so begehrt ist, dass ihm tatsächlich die Zeit fehlte. Was auch der Grund ist, dass es mit der Serie jetzt leider erst mal nicht weitergeht, was ich auch schade finde. Ja, aber ich darf was sagen, auch wenn ich die Kollegin Lirsch ganz toll finde, was die kann. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst und stimme dir zu wahrscheinlich. Du stimme es mir zu, nämlich das Ende dieses Ding. Das ist ein Stilbruch. Ja, dass es ein Stilbruch ist, ist ja klar, das darf man ja vielleicht auch. Aber ich finde, die Geschichte ist auf Seite 73 zu Ende. Die hört auch wunderbar auf mit der Pointe. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit um den Störfaktor Schlampe. Und jetzt unabhängig von dem Stilwechsel hätte ich den Rest gar nicht gebraucht für die Geschichte. Ja, stimmt. Er ist ja aber auch völlig anders. Er ist ja auch nicht nur vom Zeichen Stil, auch vom Aufbau der Panels und der Art ist es halt völlig anders. Man kann es natürlich, es wird ja in dem Buch so ein bisschen erklärt, dass es ja so eine Art Rückblick oder Traum vielleicht sogar ist. Insofern darf der Stil ein bisschen anders sein. Ja, ja. Aber stimmt, es wäre vielleicht gar nicht unbedingt nötig gewesen. Es wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen. Aber es gibt dem Ganzen, finde ich, noch so eine Twilight Zone Ebene dazu. Also noch ein bisschen mehr Tiefe fast. Aber du hast recht. Ich finde das eine geile Idee zu sagen, mein neues Album habe ich dann auch nicht fertig gemacht. Aber Mick Jagger war netterweise im selben Club Robinson. Und beim Zindern haben wir uns kennengelernt, dann hat er das gemacht. Aber ich wollte noch sagen, das VHS-Cover, ist das auch schon eine Anspielung auf Shams 69, The Kids Are United? Kennt keiner, deswegen habe ich das gesagt. Das war so eine Band, die man in den 80ern ganz gut fand. Ich würde es denen zutrauen, weil die, glaube ich, eine Menge Zeug kennen. Stefan Dinter hat das Cover und die ganze Gestaltung gemacht und der weiß das alles. Da kannst du von ausgehen. Okay, also ja, weil das ist mir so aufgefallen. Also ich fand es auch cool. Ich fand es vor allem cool, weil es diese kleinen Strips sind. Also man kann die Seiten, also die Geschichten auch alleine sehen und alleine lesen. Und dann ist es auch okay. Man muss jetzt gar nicht das Buch als Buch lesen, sondern man kann es auch wirklich so nehmen. Das stimmt, das funktioniert beides. Genau, die gibt es in der Zeitung früher, wie das in Amerika war, mit diesen eine Seite Comics und immer nur von links nach rechts. Und das ist dann die eine Geschichte von, was weiß ich, Peanuts bis nach rechts. Ich habe da mal eine Frage an euch und auch aufhören an dich, weil du auch Künstlerin bist. Dein Zuckerfisch, war das auch digital hergestellt oder mit Tusche? Das war Anfangstusche und zum Schluss, also über die Jahre, habe ich den wirklich auch direkt am Rechner gemacht. So. Und da muss ich bitte mal fragen dürfen, mit diesem direkt am Rechner. Das ist für mich ein absolutes Buch mit sieben Siegeln. Hier ist ja auch dieser sehr feine Pinselstrich. Wie geht das mit dem Computer? Zauberei. Es ist wirklich, also weil anfangs eben, wir haben von anfangs noch analog gearbeitet, das dann liebevoll eingescannt und dann noch mit der Maus dran rumgeknuspert. Geht gar nicht. Und jetzt aber inzwischen kannst du, kannst den Unterschied nicht mehr sehen. Es ist wirklich, es ist Wahnsinn. Was hast du denn da für Werkzeuge? Du hast einen Monitor und malst da drauf? Es kommt drauf an, wen du fragst. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ganz viele Zeichner haben ein Tablett und das ist ein bisschen abgefahren, weil du zeichnest hier und schaust hier auf den Bildschirm. Das heißt, du musst dich ein bisschen rangehen. Aber wirklich, aber einige der besten Illustratoren Deutschlands, die machen das und die sagen, ich brauche es nicht an, dass das geht. Ich kann das nicht, ich bin zu trottelig dafür. Ich habe tatsächlich einen Bildschirm, wo du direkt auf den Bildschirm draufmalst, also quasi wie rückbeleuchtetes Papier, zack, fertig. Darf ich mal fragen? Und die Stifte? Ja. Die Stifte? Ja. Sind das, äh, äh, Plaste, Plaste Stifte. Also es ist alles Plastik und du hast, und du hast aber ganz dünne Pencils und dicke und du kannst dünne, dicke Striche machen. Genau, und du kannst alles, du kannst alles einstellen, du kannst Sachen einstellen, die du echt nicht machen kannst. Also du kannst mit Bleistift auf Ölfarbe draufmalen und alles, das ist herrlich. Das ist natürlich eine super Sache. Klar. Seit wann, darf ich mich mal ganz naiv fragen, seit wann kann man das, seit wann gibt es das, diese Technik? Wer hat die entwickelt und warum? War das selber ein Comic-Künstler? Ja, das waren die netten Leute in Amerika, die sich da die Software zusammengedingselt haben und da Rücksprache gehalten haben. Haben Silicon Valley anscheinend. Ich würde mal sagen, ja. Also ich, war es nicht UPS, also wenn man unterschreiben muss. Die haben wahrscheinlich damit angefangen. Also ich, das mit über die Ecke kenne ich noch vom Radar früher in den 80ern bei der Bundeswehr, dass man da was gezeichnet hat und da hat man es gesehen. Aber ich stelle immer fest, wenn ich bei UPS unterschreiben muss, dann guckt mich der Typ immer so an, dann gucke ich auf diese Unterschrift und denke mir so, ja, wenn ich dem jetzt sage, ich habe eine schwere Gehirntransplantation hinter mir und die rechte Hälfte meines Körpers gehört mir gar nicht mehr, dann sagt er, okay, dann lasse ich es gelten. Aber ich finde das unglaublich schwierig mit diesem Medium darauf was zu zeigen. Da muss man sich doch umgewöhnen oder nicht? Ja, man muss sich auf jeden Fall umgewöhnen, weil die Oberfläche ja auch eine ganz andere. Aber es gibt inzwischen, also sie kommen auch den Künstlern so entgegen, du hast inzwischen kleine Matten, die du drüberlegen kannst und so, damit du die Haptik hast. Natürlich, Stift und Papier ist immer noch das Schönste, was du dann quasi, wenn du dich mal erholen willst, gehst du dann dahin. Aber du kannst inzwischen alles damit machen und du hast dich schnell umgewöhnt, eben weil sie da drauf eingehen. Und darf ich mal fragen, weil ihr euch auskennt, gibt es da irgendwie innerhalb der Szene, ich weiß nicht, Animositäten oder sagen die, die nicht digital arbeiten, also nur sagen die, unsere Kunst ist jetzt irgendwie mehr Kunst. Gibt es da irgendein Theater bei euch? Also bestimmt. Also bei uns im Atelier zum Beispiel, ich sitze mit Reinhard Kleist und Marvill und Phil. Ach, mit Marvill und Phil, wie schön. Genau. Und ich sitze da aber und zum Beispiel Phil, der macht das alles noch von Hand, wegen dem wir mussten gegen ihn acht Jahre lang kämpfen, dass wir überhaupt Internet im Atelier haben jetzt. Und da gibt es also ein großes Hallo. Wir dürfen auch nur ganz leise Rechner haben, die man nicht hört, weil es darf eigentlich gar nicht auffallen, dass da Elektronik im Haus ist. Also es gibt schon Meinungen, sag ich jetzt mal. Ja, Meinungen. Aber du bist dankbar, du sagst, er hat es vereinfacht. Ich kann so viel... Du sagst aber auch, wenn ich mich ausruhen will oder erholen will, male ich mal wieder schön auf ein Stück Papier. Ja, das sage ich jetzt so. Und dann sitze ich da und habe was gemalt und kann keine 17 Schritte zurückgehen und dann ist das Bild versaut. Also das ist auch nicht wirklich erholend. Das kann man alles. Das ist schon faszinierend. Das ist so toll. Das ist schon faszinierend. Ja, toll. Also ich liebe es. Ich bin jetzt nicht ein Riesenhorrorfilm, aber natürlich kennt man die bekannten Dinge. Also klar, Psycho von Hitchcock sowieso ist eine Hommage. Aber die tauchen schon tief ein. Da sind ja auch viele Fußnoten und Anmerkungen immer unten drin, zu welchem Film man sich das bezieht. Also das ist nicht nur bei den zwei Dreien wie im Halloween oder Vater 13 oder Freddy Krueger, die jeder kennt. Da wird es schon sehr, sehr speziell. Ich finde aber Freddy Krueger sehr sympathisch in dem Buch. Sehr sympathisch. Ich finde auch den Massenmörder extrem süß. Er heißt Helmut. Er heißt Helmut. Aber Freddy Krueger, das Pizza-Gesicht, das fand ich schon... Ähnlich sagt das mal einer. Ja. Na, das haben sie schön gemacht. In der Tat hier unten mit Fußnoten. Und du hast praktisch wie so ein Audiokommentar wirklich auf einer DVD oder auf einer VHS damals mit dem Audiokommentar der Künstler. Das ist ein sehr originelles Ding. Das ist total süß und liebevoll und wirklich hervorragend gezeichnet. Und die Pornten zünden nicht alle, aber viele zünden sehr gut. Und ich habe das voller Freude gelesen. Und du auch, Digga. Ja, ich fand das... Ich hatte es auch... Hat mich ein bisschen auch an Matt erinnert, die ja auch mit sehr vielen Anspielungen und so gearbeitet haben, so in den Titel-Stories. Und das ist das Schöne dran. Manchmal werden so... Entschuldigung. So dumme Fragen gestellt, auf die es dann sehr dumme Antworten gibt. Das ist sehr schön im alten Matt-Stil. Ja, das sagt er auch hinten im Abspann. Er ist ein riesen Matt-Fan und hat immer schon die Filme gesehen, bevor sie überhaupt gesehen hat. Das ging mir genauso bei Matt, wenn es diese Parodien der Filme gab. Weiße Hai und so, das habe ich alles nicht gesehen. Das kannte das alles aus dem Matt. Und als ich die dann wirklich mal gesehen habe, habe ich gedacht, scheiße, Matt war besser. So war es. Und er ist halt auch so ein Fan und er wollte gerne auch mal sowas machen in dem Stil. Und ich finde es extrem gelungen. Ja. Vielen Dank. Ja, well done, Christopher Tauber. Well, 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 well done. Können wir empfehlen. Alle vier hier, ne? Du auch, Freude. Als Crossover-Titel für alle. Wir wissen, unter unseren Zuschauern gibt es einige Film- und Horrorfans, die sonst vielleicht keine Comics lesen. Den solltet ihr euch mal wirklich reinzahlen. Genau, die Tiefe der Insider-Witze hier drin ist extrem. Ja, aber in der Tat funktionieren die einzelnen Strips und Pointen auch, wenn man jetzt nicht die große Cineastin ist oder die große Horrorfreak-Fanin ist, weil es wirklich sehr lustig und sehr gut gemacht ist und wirklich toll gezeichnet. Also ich bin ganz begeistert. Ja, liebe Freunde, wir kommen jetzt schon als zweiten Titel zu einem. Der Titelheld ist der absolute Klassiker. Seit 1949 Film ab Mitte. Lucky Luke, der bekannteste Comic-Cowboy der Welt, übernimmt mal wieder einen schwierigen Job. Da ist es, das von vielen lang erwartete, reguläre neue Album vom bewährten Zeichner Ashtee. In Das gelobte Land überredet Jack Loser den alten Freund Lucky Luke, seine ostpolnische Familie nach ihrer Transatlantik-Überquerung in St. Louis abzuholen. Die Auswanderer wollen nach Montana und Lucky Luke soll sie im Planwagen sicher dorthin bringen. Überfälle und feindliche Indianer sind allerdings weniger schlimm für den Lonesome Cowboy als die Fürsorglichkeit der jüdischen Mame. Kartonist und Autor Jules hat zum ersten Mal eine Geschichte für Lucky Luke entworfen und in Frankreich damit gleich ins Schwarze getroffen. Ja, ich bin natürlich Lucky Luke-Fan, seitdem ich eins in der Hand hatte, weil ich bin ja sozialisiert mit Bonanza, die Leute von der Shiloh Ranch, Big Valley. Ich war die komplette Western-Soap-Opera-Fan. Karneval auch immer als Cowboy. Ich wollte Indianer nicht sein, weil ich ein Junge sein wollte. Indianer hatten die langen Haare, war mir zu weibisch. Ich war immer ein Cowboy, also deswegen habe ich das auch von Anfang an gelesen und war immer fasziniert damals von Billy the Kid und von den Daltons, bis ich dann auch wirklich mal kapiert habe, dass es auch tatsächlich immer historische Figuren sind oder in der Regel, also die verifiziert sind, die es auch wirklich gab. Und jetzt haben die sich was getraut, der Szenarist, der Jules, der ja auch lange Jahre Lucky Luke-Fan war und immer, auch die historischen Persönlichkeiten und bla und die Bezüge, sah und las. Der hat sich jetzt wirklich getraut, orthodoxe, osteuropäische Juden in den Wilden Westen zu schicken. Und wir haben sehr viele köstliche, kleine Pointen mit Koscher und Nicht-Koscher. Und ich finde es auch wirklich gelungen, wirklich sehr gelungen und bin gespannt auf euren Eindruck von dem Band. Ich fand ihn klasse. Ja. Ich fand ihn echt super. Und es ist also genau wie jetzt in dem kleinen Film erklärt wurde, weil ja immer so viele historische Hintergründe dabei sind, also es sind so einige Sachen dabei, wo man, und das ist ja das Ideale, was so ein Comic eigentlich will, er ist extrem unterhaltsam, man lernt was und, weil wir jetzt in der Zukunft leben, man kriegt sofort Bock, dann Sachen nachzugoogeln, weil da werden ja einige Theorien auch aufgestellt und so, wo man sagt, ist das tatsächlich ein Ding, ist das was, worüber Leute spekulieren, ich schaue es mal nach. Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil so ging es dem Heli, also mir, von wegen, weil ich das auch googelte, dass da immer über den Morris, dass da immer so viele historische wichtige Fakten sind, so. Ich blätter hier rum, ach genau, junger Freund, Chris, wo bist du, du kannst nochmal zu der dicken Tante bitte kommen. Ich blätter hier rum, Einwanderer, 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 Einwanderungsbehörde auf Seite 10. Hier oben, ja genau, ich muss lieber mal eben hier das zeigen, so, um dem Elend und der Verfolgung in Russland, Polen und ganz Osteuropa zu entfliehen, wandten sich immer mehr zahlreicher diesem neuen gelobten Land zu. Jetzt sagt er hier, der Vorname ihres Sohnes, Mrs. Einstein und sie sagt Albert. Und da unten haben wir ein kleines Kind, was exakt aussieht wie Albert Einstein. So, jetzt wusste ich aber, hm, Albert Einstein ist doch in Ulm geboren und wir haben hier 1846, nee, 1869. So, dann habe ich weiter gelesen, also auch sein Vater ist gebürtiger Stuttgarter oder was auch immer, also das ist alles sehr deutsch mit Herrn Einstein. Vielleicht kann mir einer von euch erklären, warum sich dann so eine Pointe da verirrt und mich an der Nase rumführt, dass ich kurz versucht bin zu denken, weil Albert Einstein ist, glaube ich in Amerika auch gestorben und hatte die Staatsbürgerschaft auch und ich plötzlich dachte, wie, wie war das gar nicht, Ulm, ist der eingewandert und der war noch gar nicht so alt. Warum, warum ist dann so eine Pointe drin, die mich auf die falsche Fähne leitet? Da sind einige solche Sachen drin, also du hast direkt auf der selben Seite, glaube ich, noch den Sigmund Freud, der da auch in Analyst Deutsch... Ja, Marx Brothers sind auch da, Hollywood, wir mögen keine Komiker. Also ich mag das ja auch, ich finde die Anspielungen ja auch schön und die gehören ja auch bei Asterix und bei Lucky Luke immer irgendwie mit dazu, aber es ist hier fast manchmal schon ein bisschen zu viel, fand ich. Also zum Beispiel, wir haben hier, ich habe mir sogar auf dieser Seite, die du gerade aufgeschlagen hast, auf einer einzigen Seite haben wir Albert Einstein, die Marx Brothers, Gotham City, Bill Gates und Harry Potter. So ist es, ja. Und da haben wir langsam auch mal so einen Overkill an kleinen, netten Anspielungen, finde ich. Und die sind nicht immer sinnvoll oder manchmal sind sie einfach nur so da. Und da ist es dann manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ja, weil schön fand ich zum Beispiel, weil dann wird es später erklärt, dass zum Beispiel Buffalo Bill und einige dieser berühmten Persönlichkeiten alle jüdisch waren. Ja, ja, aber das ist genau meine Irritation. Genau. Da sind dann Informationen, die wirklich tatsächlich faktisch sind und nicht postfaktisch. Dann sind natürlich super Gags drin, da freue ich mich auch drüber. Ich weiß aber nicht, wie ich so ein Band dann lesen soll, wenn ich eigentlich denke, alles, was die mir erzählen, ist vielleicht ja. Das ist vielleicht Alternative faktisch. Also was mir aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, es gibt ja auch eine Anspielung auf Star Wars, wo dann die Mutter, die Mame plötzlich sagt, ich bin deine Mutter und Lucky Luke hat einen Hattraum. Genau. Lucky Luke. Luke. Ich bin deine Mame. Genau, oder deine Mame, genau. Ich habe da gedacht, jetzt verstehe ich, wieso man mir bei Asterix so viele Freiheiten gelassen hat, weil ich sage, mir geht auch nichts um. Was mich da ein bisschen gestört hat, ich finde es auch sehr gelungen, aber ich fand es ein bisschen schade, dass die Thora, die sie bei dem Indianerstamm bekommen, eigentlich schon... Spoiler Warning. Ja, aber es ist so, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie dann, weil es wird nicht erklärt, wieso die da ist und ich habe es nie verstanden. Ja, und das wollte ich dann eben, aber das ist der Moment, wo ich sagte, okay, das werde ich jetzt nachher mal nachrecherchieren, weil ich... Die ist aus Frankreich. Also, weil ich hätte jetzt gedacht, ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass da jetzt so irgendwann was kommt, dass sie in der Atacama-Wüste schon vor vielen hundert Jahren auf der Landebahn was bekommen hätten, so Richtung Roswell, Erich von Däniken, die Götter Astronauten, dass sowas noch kommt. Und das kam dann aber nicht. Also, ich fand es so, zum Ende hin war sehr viel gute Laune und wenig Abenteuer, was ja nicht so und sehr wenig schlecht ist. Unser aller Leben verläuft ja eigentlich auch hauptsächlich über gute Laune. Aber da habe ich nur gedacht, das hat mich ein bisschen gewundert, weil es eben zu Anfang so viele Anspielungen gab und auch so mal gewagte falsche, wo man eben sagt, gut, dann ist er halt jüdische Abstammung, aber er kommt nicht wirklich daher. Das fand ich nicht... Also, da hätte ich gedacht, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen vielleicht. Wo du die Freiheiten erwähnst, die du da auch hattest. Also, es gibt ja anscheinend doch dann Grenzen bei den Freiheiten. Ich habe dann so ein Interview mit dem Autor Jules gelesen, wo er dann eben sagt, es gibt eine Szene darin, wo das eine Mädchen sagt, Mama, warum trägt der Sheriff einen Stern? Und der Autor wollte eigentlich sogar daraus einen gelben Stern machen. Das war dann doch too much. Und da haben sie dann irgendwann nochmal gesagt, es ist ein bisschen zu heftig. Und vor allen Dingen, es hat ja auch in der Szene in dem Sinn, also jeder versteht die Anspielung, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Es macht eigentlich keinen Sinn und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen geschluckt. Also, ich gebe es... Ja, ja, ja. Ja, der war ja auch jüdischen Glaubens, sagt der Julia in dem Interview, was ich auch las. Und ich finde es toll, jetzt in diesem Jahr mit der Thematik auch wirklich um die Ecke zu kommen. Ich finde es super und ich finde es auch wirklich gelungen. Ja, es muss auch sein. Ich meine, es ist alles mit dir geparodiert worden. Da jede Figur, jede landestypische Art, die in den Wilden Westen eingewandert ist. Nur die Juden hat man dann halt jetzt immer vorsichtshalber vielleicht außen vor gelassen. Jetzt macht man die halt auch mal. Und man benutzt auch ein paar Klischees. Und es funktioniert, also weil eben, also es gibt diesen einen Moment eben den Joke mit dem Tag, aber alles andere sind eigentlich Sachen, die total süß sind. Finde ich auch. Also finde ich echt gut gelöst. Also entspannt. Ich finde, es ist tatsächlich eine entspannte Geschichte. Ja, finde ich auch gut. Was mir prinzipiell immer so auffällt, der Lucky Luke, der hat selber doch überhaupt keinen Comic Relief, oder? Der ist immer nur Lonesome Cowboy. Und die Pointen passieren... Aber er sieht super aus für seine Alters. Er sieht super aus. Er hat ein geiles Pferd, einen tollen Hund. Der Hund ist aber nicht dabei, oder? Nee, der ist nicht hierbei. Er hat ja auch mit dem Rauchen aufgehört. Er hat ja mit dem Rauchen aufgehört. Stimmt, jetzt hat er nur noch so ein Ding im... Dafür habe ich ja leider die Hommage geliebt von Bonhomme, der Mann, der Lucky Luke, erschoss. Der erzählt uns praktisch, warum er nicht mehr geraucht hat, weil er die ganzen Comic-Klagen auf der Suche nach Tabak ist, oder nach was Rauchbarem. Aber zu meiner Zeit hatte der noch die Fluppe auf der Unterlippe. Also wer es nicht mitbekommen hat, irgendwann hatte der Verlag selbst beschlossen, dass also Lucky Luke keine Zigarette mehr im Mund hat, Winkel hat, sondern nur noch einen Grashalm kaut seit einiger Zeit, weil das einfach korrekter war. Veganer. Besseres Vorbild? Veganer, ja. Das nicht, er legt ja einen Hasen. Hör mal, in dem Interview, was du auch hier lasst, oder was anders muss man sagen, du liest ja eh alles, was ich auch las mit Jules und auch der Ashtee hat da auch mit in dem Interview gesprochen und Ashtee sagt wirklich, also der Zeichner, dass er so ein bisschen irritiert ist, dass er das Gefühl hat, dass er Mitglied bei den anonymen Comic-Zeichnern ist, Verkaufszahlen hin oder her und dass ihm das nach 30 Jahren doch langsam auch mal ein bisschen wehtut. Also, er sagt es selber, also ich frage dich, aber ist das wirklich, ich meine, so ein Klassiker, so ein Bestseller und Ashtee hat nicht den Namen, den er verdient als Künstler? Er hat halt eine bekannte Figur von jemand anders übernommen. Also der Morris ist ja jetzt Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, gestorben. Er führt die Serie weiter, er führt sie auch in dem Stil weiter, also so ein bisschen ist er halt der Nachfolger oder, ja, vielleicht eher imitiert ist, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ist ja klar, also es ist halt nicht seine eigene Figur und viele verbinden, glaube ich, Lucky Luke und Asterix immer noch mit ihren Schöpfern, also Uderzo, Goscinny oder Morris halt. Insofern, ich glaube, wenn er wirklich selber mehr im Rampenlicht stehen möchte und sich einen Namen machen möchte, dann muss er eine eigene tolle Figur erfinden. Verstehe, das ist der Grund, ja, ich denke, du hast recht da. Aber es klingt ein bisschen frustriert, das stimmt, das wundert mich auch, denn er hat ja nun eine sehr große, gut laufende Serie übernommen. Ja, ja, aber du hast natürlich recht, wenn es nicht originär von ihm ist, kann er irgendwie die Lorbeeren nicht so richtig für sich... Ja, beziehungsweise auch wenn er den Stil identisch wird. Ja, wir müssen auch jammern, sowieso, das ist nix von uns. Aber zum Glück konntest du viel von dir reinbringen. Nein, wirklich, also wir haben auch ein bisschen was reingeschummelt, das eine oder andere kölsche Lied ist bei uns auch drin. Also es gab ja schon mal einen Asterix auf Hamburg gespannt, eins, der war irgendwie anders, dass da kam nicht so viel Digger und Alter drin vor, glaube ich. Also du hast schon einiges da drin untergebracht. Also bei mir war, das ist das Problem, dass das, ich hatte immer gehofft, weil ich kenne das, wenn man, wenn man Werbung macht, dass man, dass man teilweise so kleine Programme kriegt, wo man direkt quasi in das Skribble reinschreiben kann. Das hat den großen Vorteil, dass du eben weißt, wann du Digger und Alter wiederholst. Und hier war das so, dass sie gesagt haben, nee, das ist ganz einfach, du musst nur die ganzen Sprechblasen nummerieren. 52 Seiten, das sind so 2600. Ganz einfach. Ganz einfach, kurz, die Nummerieren, was auch ein unglaublich kreativer Vorgang ist. Und dann schreibst du es einfach runter. Und ich habe halt immer so mit dem Heft in der einen und auf der anderen immer geguckt, wo Digger und Alter sich wiederholen. Aber letztendlich war es so, erst als der Grafiker die ersten Seiten geschickt hat, konnte man wirklich sehen, dass es sich nicht so oft wiederholt. Aber es war schon von vornherein klar, dass Digger und Diggi einmal pro Seite auftauchen müssen. Ich habe eine Frage, bist du des Französischen mächtig? Weil ich im altsprachlichen Gymnasium war, wo ich sehr viel mit angebe, kann ich sagen, ich küsse auf diese Art und Weise. Oh, ich auch. Nein, weil es ist so, wir haben ja die Simpsons auf Kölnisch gemacht. Also auf Rheinisch, auf Kölsch, dank der Monika Salchert, die native Speaker ist. Ich bin aus Kummersbach, ich kann aber auch kein Kölsch. Ist so. Aber ich hatte halt einen berühmten Namen, deswegen hat Panini sich natürlich gefreut, wenn der Heller von sich in Ordnung ist. Egal. Ich habe mich auch gefreut, dass wir es machen durften. Aber jetzt so, wir haben es dann Kölnisch gemacht und ich habe festgestellt in den Blasen, dass das unglaublich gut funktioniert, dass es einen unglaublichen Charme hat und hatte dann plötzlich das Gefühl, dass es in Rheinisch dem Amerikanischen viel näher ist, als das Hochdeutsche ihm ist. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du auch das Gefühl hast, dass durch diese Dialektfärbung es einen ganz anderen Charme bekommt, als wenn es Hochdeutsch darstellt. Also bei mir war es eigentlich so, dass, als die mich gefragt haben, ich einfach gedacht habe, das Ziel muss sein, dass man diese Zeichnung aus den 60er Jahren mit diesem niedlichen Knollenmännchen in so einer Sprache hat, die irgendwo zwischen der Letzte Lude oder Rocker oder so ist, dass man wirklich sagt, dann knallt es so. Und wir haben auch die ersten Bilder, die wir so ausgesucht haben, um an die Presse zu gehen, sind einfach so Bilder, die eben wirklich dann auch so sehr drastisch sind. Und ich fand das eigentlich ganz lustig. Und das Blöde war immer, dass ich im Grunde genommen so ein bisschen fast schon Buchstaben zählen musste, damit ich, ich wollte ja auch, dass die, wenn einer schreit, dass es dann auch genauso groß ist. Das heißt, ich musste ein bisschen gucken, dass die Sprechblasen gleich sind. Das hast du tatsächlich, wenn du für Werbespots oder sowas machst, wo du direkt in die Sprechblase reintippen kannst, da siehst du natürlich gleich, ich lösche den Block und schreibe den wieder rein und dann merke ich, wenn es zu viel oder zu wenig ist. Bist du eigentlich französisch, Volker? Nein. Nicht, also du liest die Comics dann, also Asterix oder Lucky nicht im Original? Ich lese gerne amerikanische Comics im Original, aber bei Franzosen hört es auf. Das machst du aber schon auch, ne? Dann weißt du aber auch, wenn was gut oder schlecht übersetzt ist, ne? Bilde ich mir ein. Naja, du musst natürlich dann immer die Mühe machen, auch wirklich zu vergleichen. Einiges erkennt man natürlich, wo es holprig wirkt. Das geht auch bei Filmen oft so. Dann guckst du nochmal nach oder wechselst mal schnell auf die andere Tonspur, um dich zu vergewissern, was da im Original war. Wenn man halt kurz stutzt, sozusagen. Aber man merkt, finde ich, zum Beispiel gerade bei Filmen oder bei diesen typischen Daily-Sitcom-Geschichten, merkst du auch, wenn irgendein Übersetzer den Wortwitz nicht verstanden hat, das wörtlich übersetzen. Und so. Und ich meine, das ist natürlich der Vorteil, wenn du mit dem Buch zu tun hast, du hast einfach auch die Zeit. Du musst jetzt nicht für die nächsten 300 Folgen How I Met Your Mother unbedingt alles sofort übersetzen, sondern du hast eine gewisse Zeit, das zu machen. Und für mich war es gut, das relativ frei machen zu können, weil ich eben auch wollte, dass es trotzdem Informationen gibt, die dabei sind. Mich hat zum Beispiel bei Asterix bei den Briten immer gestört, dass der Moment, wo die Beatles auftauchen, jemand sagt, ja, das ist eine Band, die bei uns relativ populär ist. Und man sagt, hey, Beatles sind auf der ganzen Welt populär. Und da habe ich denen ja auch gesagt, also auf Lateinisch dann, dass der, er kennt den aus dem Theatrum Stelle, also aus dem Star-Club, kennen die den dann schon. Genauso wie ich den Elbtunnel in Hamburg eingebaut habe, als den Eurostartunnel und so weiter. Ja, deine Barmbeck-Boys hast du auch untergebracht. Genau. Mit Barmbeck-Palace als Buckingham-Palace. Nein, du hast schon, du warst der Tapper. Und Barmbeck-Palace haben wir ja immer, wenn ich in London am Buckingham-Palace vorbeifah, habe ich immer so einen Film gedreht. Ich habe sogar mal einen Taxifahrer gefragt, der selber nicht gut Englisch sprach, ob das der Barmbeck-Inham-Palace ist. Und der hat dann, yes, 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 so, der hat immer erzählt. Mir doch immer. Und ja, ja, genau, der hat mir erzählt, das ist irgendwo in Bukarest, einen viel schöneren Palast, das habe ich gar nicht mehr gefilmt. So, nach oben ich sprich. Ich wollte nur ganz kurz, weil da ist ja in dem Band, ist ja dieses Ding zwischen, dass die Briten anders sprechen. Das ist ja explizit eine Pointe. Ich bin jetzt nicht so in dem Hamburg drin, dass ich da gesehen hätte, dass du den Dialekt gewechselt hättest zwischen den Galliern und den Briten, weil die sprechen ja alle das Gleiche. Wir haben nur die Wortstellung verändert, also die Wortstellung irgendwie im Original auch. Aber genau, im Original ist es auch so, dass es dann irgendwann aufhört. Ich habe das so ein bisschen so sanft landen lassen, weil dieses Isn't It, diese doppelte Verneinung, das gibt es im Deutschen eben nicht. Und das war eben so, dass man, dass ich fand, am Anfang kann man es ein paar Mal machen, damit die Leute, die jetzt wirklich so Hardliner-mäßig reingehen und sagen, hat er das auch begriffen, dass man sagt, ja, habe ich schon begriffen, aber für mich war das kein unterhaltenes Element. Das hat es eher so ein bisschen holprig gemacht. Deswegen habe ich das so seicht ausklingen lassen. Ich kann nur bestätigen, dass das sehr kompliziert, ich fand das extrem anstrengend und kompliziert, diese Übersetzung. Gerade auch mit immer diesem Blick auf die Sprechblasen, dass du versuchst, die Größe beizubehalten und kannst gar nicht... Das klingt so doof, weil du hast wirklich eine stupide, weiße Seite. Ja, es ist extrem anstrengend. Es wird schlecht bezahlt und es ist extrem anstrengend. Und vor allem das Schlimme ist, wenn du dann noch Akzent schreibst, dann hast du, ich habe dann festgestellt, auf dem Laptop hatte ich ein anderes Schreibprogramm als auf meinem Rechner. Ich konnte mir das also selber zwar mailen, aber ich konnte es nicht mehr öffnen. Dann habe ich das an die Frau meines Lideristen meiner Band geschickt, weil der sagte, ich glaube, die hat das. Die hat das dann rauskopiert und mir in Plain Language als Fließtext per Mail zurückgeschickt. Und da waren schon wieder zwei Autokorrekturen dabei. Und jetzt, um es einmal zu erklären, Alder und Adler. Also ich glaube, ich habe, ohne Scheiße, ich habe zehnmal so lange daran gebraucht, diese verdammte Autokorrektur nochmal durchzunehmen, wo wieder ein roter, wenn nicht genügend rote Kringel drunter waren, habe ich schon gedacht, jetzt hat er mir wieder alles kaputt gemacht. Und dann musst du wirklich wieder, dann musst du den anderen Rechner wieder anmachen, dann musst du darauf gucken, weiße Seite, das war so. Das Problem hatte ich zum Glück nicht. Die Arbeit hatte eher die Monika mit der Computerei. Kannst du nicht machen, Adler, klingt doch auch toll. Gut, wir kommen zum Resümee, dass der Jules ein guter Autor ist für Lucky Luke und wir mehr von ihm lesen und wollen. Ja, auf jeden Fall. Bist du prinzipiell ein Fan von Lucky Luke? Ich mag die sehr gerne. Also ich ging jetzt nicht so weit, dass die bei uns ins Haus geschleppt wurden, aber wenn sie da sind, dann liest man sie gerne, auf jeden Fall. Ja, schön, dann bedanke ich mich bei euch und wir kommen zu unserem dritten Titel heute Abend. I hate Fairyland. Ich glaube, dass der Autor es am Anfang anders nennen wollte, weil er hat hinten in dem Bändchen 30 verschiedene Cover mit Fuck Fairyland gemacht. Wir gucken uns das Filmchen mal eben an. Für immer rosa. Den Traum kleiner Mädchen träumt auch Gertrude, ohne zu ahnen, wie schnell sie da rauswächst. Der Wunsch geht spektakulär in Erfüllung. Gertrude landet im Feenparadies. 27 Jahre später hängt sie immer noch dort fest, weil sie den Schlüssel nicht findet, der ihr die Tür zur Rückkehr öffnen könnte. Aus Rache, Frust und Überdruss beginnt Gertrude, die Bewohner des Feenlandes niederzumetzeln. Sie weiß, dass sie sich das erlauben kann, denn im Fairyland sind Gäste selbst unantastbar. Wenngleich die Königin unauffällig alles daran setzt, Gertrude auszuschalten. Scotty Young, der jahrelang an der Ost-Serie zeichnete und in seiner Jugend Mad-Fan war, hat einen anarchistischen, bösartigen, knallbunten Splatter-Comic erschaffen, den man lieben kann oder hassen muss. I hate Fairyland. Schön bunt. Schön bunt, unterstreich ich? Ja. Unterstreich ich? Sehr schön bunt. Heitere Farben. Heitere Farben, unterstreich ich? Ja. Bonbon bunt. Wann, wann, wann? Bonbon. Bonbon bunt, wollte ich sagen. Ja, explizit, absichtlich. Aber das hätte ich mir auch sparen können. Ja, hätte ich mir sparen können. Aber sprich weiter, ja. Ich, naja, also, naja, ist schön, dass es den gibt. Ich muss ihn nicht zu Hause haben, schon gar nicht beim Frühstück. So, ist das ein Comic für Männer? Gut, dass wir zwei hier sitzen haben. Lotto, sag du was dazu. Also, ich glaube, wenn man jetzt wirklich so aufs Blätter grundsätzlich steht, kommt man der Sache eher näher. Wenn du sagst, er ist Mad-Fan, dann ist er wahrscheinlich Spion und Spion-Fan. Ja, definitiv. Was für mich immer so die Seite bei Mad war, wo ich auch gedacht habe, so, ich weiß eigentlich schon, bevor es überhaupt auf die Seite kommt, worum es geht. Ja. Ich finde, da sind wir jetzt schon wieder bei den Simpsons, wenn in diese Richtung, dann bitte itchy und scratchy, weil dann ist es so absurd, dass es wirklich so in die Fresse ist. Also, ich finde auch, es ist, es ist, die Idee ist natürlich ganz lustig, dass man aus dieser Blümchenwelt, die einen ja auch nervt, wenn man, wenn man im Fernsehen immer so Trailer für die Sender, die einstehenden Sender gibt, was es da alles für Sendungen gibt. Dieses Bonbon-Kackige. Ja, ja, alles ist super. Und ich meine, der hat ja hier scheinbar dieses Oz auch gemalt, oder malt es noch, jahrelang, und das scheint ja ganz zuckersüß zu sein. Man hat ein bisschen das Gefühl, er ist traumatisiert davon und wollte jetzt mal alles kaufen. Und muss er sich mal von der Leber zeichnen? Muss er sich mal von der Leber zeichnen und alles kaputt machen? Aber muss ich es dann lesen, ist die Frage. Also, was für die Geschichte spielt, ist, dass sie irgendwie insgesamt rund und geschlossen ist. Im Gegensatz zu dem klassischen Comicstrip macht es am Ende ein bisschen Sinn. Es ist eine von zwei Möglichkeiten, wie das Buch ausgehen kann. Das weiß man nach drei Seiten. Eine davon hat es dann auch. Aber ich fand auch so, dass ich glaube, so, dann hätte ich mir vielleicht ein bisschen, hätte es mir ein bisschen noch greller und witziger vorgestellt. Also, ich hätte finde, wenn man, wenn man schon so ein Thema anfasst... Entschuldige, greller muss es, glaube ich, nicht sein, aber witziger wäre nicht schlecht gewesen. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe das gelesen und gelesen und dachte, ich wusste aber noch nicht genau, was der alles kann. Ich war so angestrengt, dass ich auch gar nicht jetzt, sage ich mal, über die herrliche Kunst mich begeistern konnte. Denn es ist wirklich großartig gezeichnet. Ich habe spontan gedacht, weil er auch alles verwurstet, ich kann toll zeichnen und habe viele Fantasyfilme gesehen. Und deswegen muss ich jetzt alles hier irgendwie klein, kurz und klein hauen oder zitieren, selbst Yoda, selbst Yoda ist mit drin, von Star Wars. Es ist so ein Teenager-Buch, weil es ist immer noch bunt genug, aber es ist so, hey, krass, Alter, wir hauen mal richtig und schauen mal, wie viel Splatter da ist und so. Und du hast, ich meine, es ist wieder eine starke weibliche Protagonistin, ist ja super, wieder eine, es ist ja ein beliebtes Ding zurzeit, wenn weibliche, fiese Protagonistin, dann aber möglichst in Kinderform, wie wenn man jetzt zum Beispiel gerade den letzten Wolverine-Film gesehen hat oder was war es, Ranger Things, tödliche kleine Mädchen. Vielleicht liegt es an der Scheidung von Angelina, dass jetzt Tom Brady wieder Single ist, deswegen. Wer weiß. Also was mich gewundert hat... Kannst du mal ganz kurz noch ausreden, bitte? Sorry. Naja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah, da war Lotto. Nee, aber du hast, du hast eben... Starke Protagonistin, Hauptsache ein Kind, so fingst du an. Genau, und nee, jetzt ist der Faden weg. Okay, das ist nicht schlimm, aber man bleibt irgendwie so unbefriedigt zurück, oder? Also man erfährt, sie ist immer noch ein Kind, ist aber seit 27 Jahren halt in dem Land und ist schlecht gelaunt, hat auch so ein Sidekick, ein bisschen wie Pinocchio, so eine alte Grille, die so ein bisschen heutiger aussieht. Und du musst uns, glaube ich, helfen, was wir davon zu halten haben. Nö, ich kann eigentlich Lotto da auch nur zustimmen. Er hat ja gesagt, die Grundidee ist toll. Also dieses kleine Mädchen, das diese Fairy-Märchenwelt gar nicht so süß findet, das da raus will, das zornig ist, diese verzerrte Grimasse hat. Das fand ich auch eigentlich ganz witzig und originell. Also so für fünf Minuten. Ich weiß, jetzt ist es mir eingefallen. Ah, es ist mir eingefallen. Sprich weiter. Mark your words. Du was erst. Und zwar wollte ich sagen, also ich weiß nicht, wer von euch Lobo gelesen hat, aber das war ja auch so Spaß am Gemetzel. Und das ist wirklich auch das, also dieses flache Popcorn-Gemetzel, jetzt sage ich mal. Und das zum Beispiel, weil wir ja gerade Survivor Girl auch hatten, da hast du das Ganze auch, aber du hast erstaunlich viel emotionale Tiefe noch drin. Und die fehlt hier einfach komplett. Ich glaube, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was meinst du? Eins der Probleme, könnte sein. Also wie ich sagte, für fünf Minuten ist jetzt die Grundidee witzig und dann wird es anstrengend, finde ich. Ja, es wird anstrengend. Ich war angestrengt. Ja, und es kommt dann ja auch an sich nichts Neues. Sie versucht halt auszubrechen und scheitert halt jedes Mal wieder. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich dachte auch, mir schließt es sich vielleicht nicht. Ich habe mal so einen kleinen Test gemacht und habe bei mir so im Laden die Kundin, die sonst eher Manga lesen, mal gefragt, ob das nicht was für sie wäre, so dieses freche Mädchen und I hate Fairyland und cool und so. Und da war es genau so. Ja, klingt ganz witzig. Durchgeblättert. Nö, Lust zu lesen hatten sie das eigentlich nicht. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass es mir auch aufgefallen, dieses Fuck Fairyland hinten reingepackt hat. Und aber diese Explicit Lyrics am Anfang so ganz schlecht umschrieben hat. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns, auf unserem neuen Album haben wir zwei Stellen drauf, wo es auch um die Wortwahl geht und wo man eigentlich, wo wir auch lange überlegt haben, soll man es jetzt sagen, soll man es nicht sagen. Irgendwo, wo wir einmal gesagt haben, dann sing halt stricken. Gemeint ist nicht stricken. Aber sing ist in einer Dualität und mit einer, also das Normalste von der Welt ist oder sing auch mittendrin einem, auch wenn es sich gar nicht rein beinahe hätte ich es gesagt. Wobei, das finde ich also an der deutschen Übersetzung putzig. Ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber zum Beispiel leck meinen Anis und so in dieser Feenwelt. Das ist aber der Gute, aber da sind auch zwei, drei Dinger dabei, wo man wirklich sagt so, oh komm, du schreibst hinten Fuck rein und vorne schreibst du dann, umschreibst du das dann. Da hätte ich dann irgendwie gedacht, da geht auch ein bisschen mehr. Mit leck meinen Anis, okay, das mag ja noch gehen. Aber das fand ich noch so ein bisschen originell. Aber das andere habe ich gedacht so, ach, weiß ich nicht, das geht ja auch, irgendeiner textet das ja auch. Und dann kann er sich auch noch mal fünf Minuten auf die andere Seite im Bett legen und sagen, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Also da habe ich so das Gefühl gehabt. Ich weiß natürlich, wie es im Original war. Ja, aber auch das ist ja, in dem Fall ist es ja, wenn du so einen Wortwitz machst und wenn du das schlimme, böse Wort vermeiden möchtest, um irgendeine FSK 21 oder drunter zu schaffen, dann weiß ich nicht, dann gibt die Sprache ja mehr her. Also da fand ich, bis auf Anis, fand ich es ein bisschen so. Das fand ich noch mit am putzigsten, diese, dass halt wirklich, also alle Schimpfworte und Schimpfkanonaden werden immer durch sehr blumige andere Worte so überschrieben, sodass die nicht zu sehen sind. Aber da wäre mehr gegangen, weil dann kannst du im Wortlaut auch mehr machen. Naja, ich wollte was Positives sagen. Wenn ich schon auf Zwecken komme. Ja, ich bin auch sehr lieb von dir. So, ich bin verlakritzte, 37 Jahre alt oder zu lichtig. Das wird immer durch Süßigkeiten ersetzt. Ja, aber wo man sich letztlich fragt, also auch warum? Also es ist heiter, aber es ist nicht... Eben, das meine ich so. Wenn du hinten dann auf Fuck Fairyland reinschreibst, dann sagst du in Gottes Namen auch. Und es ist ja zum Teil auch kein Linguished. Ja, und wo wir schon bei der Sprache sind, und das ist jetzt eine Anmerkung, die Schrift, die die benutzt haben für die Sprechblasen, ich finde die ein bisschen schlimm. Also, das ist, also ich meine, klar, natürlich, das lettert auch keiner von Hand, aber dass man einfach eine nimmt, die wenigstens handgelettert aussieht, weil du hast die Art, wie es gezeichnet ist, also dieses rotzige, aber dennoch sehr kompetente, und ich finde, da knallt diese Schrift dagegen, das verträgt sich überhaupt nicht. Was ich aber toll finde, ist diese rosa in der Umschlag in Brennen, finde ich klasse. Den was? Ja, dieses da drin, das finde ich, sieht süß aus. Wir haben mal eine Platte gemacht, die geheimen Tagebücher des Dieter B., so einer Radiokomedy, und da haben wir auch so ein Tagebuch gemacht, wo wir dann ähnlich wie damals die anderen Tagebücher, da haben wir dann auch nicht DB genommen, sondern irgendwas anderes, falsche Buchstaben, und da haben wir auch so Blumentagebücher gemacht, das habe mich daran erinnert, das fand ich eigentlich ganz süß so, aber wegen des Innencovers kauft ja auch keiner ein Buch eigentlich. Also nochmal, die Farbigkeit, die Farbigkeit prinzipiell ist hinreißend. Die einzelnen Biester, die da rumsitzen, sind wunderbar, also permanent diese Mischung aus Alice im Wunderland und Star Wars und alles, alles vermatscht, was nicht bei drei auf dem Baum ist, alles was irgendwie Märchen ist oder Fantasy ist, verwoben und verbraten und zwischendrin halt immer dieses unglaublich schlecht gelaunte Ding mit den grünen Haaren. Das ist nichts für ein Heli, du gehst immer weg, wenn ich dir was zeigen will, Chris. Gut, es ist die erste Show heute Abend, wir beide werden uns noch eingruben. Komm nochmal bitte zum Heli. Schau mal bitte hier, die Seite. Schon ein schönes Bild, ne? Die Seite wollte ich zeigen. Das ist schon toll gezeichnet, aber es wird eben auf die Dauerfahrt, weil sie permanent alles abschlachtet, was ihr in die Quere kommt. Ja, und das ist ein bisschen so diese Skateboarder-Ästhetik, so Mädchen mit grünen Haaren und Blutsprotz. Warum gehst du immer, wenn ich dir doch, guck mal, wie schön. Da ist sie zum Beispiel komplett kaputt, aber sie überlebt trotzdem. Ja, sie ist auch hart erinnig. Hier, das ist wieder, wenn du mal, gehst du unten rechts auch noch mal hin, das ist wieder total süß, die dicke Katze mit dem kleinen Gnom. Das ist so, also tja, es ist durchgeknallt. Ich weiß nicht, hast du mal Haschisch genommen? Muss man dazu, muss man irgendwie bekifft sein, um das richtig ab, um darauf abzufahren? Ich glaube, dann geht es um andere Bilder. Also, ich habe mich noch davon gewundert, ich habe immer gedacht, er ist so ein bisschen wie Willi, oder nicht, von Biene Maja, da dieser... Willi ist eine Biene, das ist ein Grashüpfer, die Nase. Er hat überhaupt eine Ähnlichkeit mit Kustin Frosch, mit hier Angelina, hier... Jetzt geht es aber los. Kannst du noch mal kommen, lieber Chris? Oder ist es der blaue Klaus? Flip, hieß der Grashüpfer, falls du den gehörst. Flip, du meinst Flip. Aber das ist doch kein Grashüpfer, der fliegt doch. Pass mal auf, das hier ist eher sowas wie Jiminy Grille, mit Basisdorffschen Augengedöhne. Der hat eher Ähnlichkeit mit dem Glühwürmchen aus Kustin Frosch. Ja, aber er hat ja nicht die Funktion so ein bisschen wie... Ja, er hat ein bisschen die Funktion, er hat die Funktion auch schon. Er ist ein Sidekick, aber wenn er ein Gewissen sein soll, hat er ja komplett versagt, weil sie schafftet ja trotzdem alles. Ja, ja, klar. Gut, wir haben darüber gesprochen. Ich bleibe ratlos zurück. Ich weiß gar nicht, du kennst dich doch aus, hier im Sender, haben wir so E-Mail-Adressen, dass Menschen uns vielleicht, die die Sendung gesehen haben, mailen können. Oh, lieber nicht, du, das ist ja sehr beleidigend für irgendwer. Das können Sie gerne tun, Sie können das auch sicherlich im Nachhinein einblenden, an welche E-Mail-Adresse ihr euch sonst eure Interpretation schicken könnt. Weil ich fände es einfach schön, wenn richtig ausgewiesene Fans mal schreiben, was ihnen daran besonders gut gefällt. Und das würde ich gerne in der nächsten Sendung dann, da kann ich es nicht, in der dritten Sendung würde ich es gerne. Weißt du was, wir haben in der nächsten Sendung den Joachim Kapps da vom Verlag. Meinst du, den soll ich mal nochmal fragen? Dann lasse ich das Buch mal hier liegen bis zur nächsten Sendung und werde ihn fragen. Der hat das ja auch selber ausgesucht, ne? Ich glaube ja. Der soll sich mal... Der kann was dazu sagen. Genau, was habt ihr euch dabei gedacht? Ich so, das ist doch in Popcom erschienen. Popcom ist nur so ein Nebenlabel von Tokio Pop. Ja, dann wird er das am Ende wissen. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Und bis der Joachim Kapps in der nächsten Sendung bei uns ist, haben wir noch einen sehr interessanten letzten Titel, den wir Ihnen gerne und euch vorstellen würden. Muss eine Welt, die von Frauen beherrscht wird, nicht eine friedlichere sein? Keineswegs für Maika Halbwolf. Denn ihre Mutter ist einen mysteriösen Tod gestorben, für den die 17-Jährige nun Rechenschaft fordert. Die amerikanische Autorin Marjorie M. Liu hat beeinflusst von ihrer chinesischen Großmutter die Fäden zu einer epischen Geschichte gesponnen. Monstrous, das Erwachen ist der Auftakt ihrer Serie. Gezeichnet von der Japanerin Sana Takeda entstand eine dunkle Fantasy-Welt, üppig ornamental zwischen Art Deco und Art Nouveau mit viel Asia-Kolorit. Für Monstrous gab es zwei der renommierten Eisner Awards, beste neue Serie und beste Autorin. Ja, liebe Comic-Fans, wir haben Monstrous, wir haben den ersten Band, wir haben eine amerikanisch-chinesische Autorin und eine japanische Zeichnerin, die sich hier sehr viel Mühe geben. Oh ja. Oh ja, nein, wirklich. Also das kann man nicht anders sagen. Ich persönlich finde, dass auch wirklich die Bilder und auch letztendlich die Geschichte eine große Magie ausstrahlen. Also ich habe gemerkt, es hat mich angesprochen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass zwei Mädchen es machen. Ich möchte nur später, aber das mache ich mal später. Das Ding hier geht ja weiter, das wird ja weiter erzählt. Seid ihr Menschen, die sagen, ich freue mich auf den zweiten Teil, ich muss wissen, wie das weitergeht oder ahnt man irgendwie schon alles? Also man ahnt auf jeden Fall noch nicht, wie es weitergeht. Dazu ist es, glaube ich, vom Plot her ein bisschen zu weit ausholend. Ich muss sagen, für mich, prinzipiell ist alles daran toll. Also ich meine, du hast eine Autorin, du hast eine Zeichnerin, du hast eine komplett matriarchale Welt, die da aufgebaut wird. Es sind starke Figuren, die bestehen alle, alles besteht in Bechtel-Test. Und es ist trotzdem, es gibt mehr als eine weibliche Figur und zwei weibliche Figuren unterhalten sich miteinander über etwas anderes als über einen Mann. Das ist schon der ganze Test. Du würdest staunen, wie oft das nicht zutrifft, bei Büchern, Filmen, was auch immer. Ach, RTL 2 würde dem Test nicht bestehen. Ich würde den Test sehr gut bestehen. Ja! Genau, und da ist eben, und das ist alles, alles Sachen, die toll dran sind und du hast recht, er ist wunderschön gezeichnet. Aber es ist wirklich die Art Fantasy, ich kann's nicht, bei aller Liebe. Da geht's, und zwar, ich hab mir Notizen gemacht, wirklich, also, wenn schon anfängt mit die altertümlichen Ruskaya Kupferklaue, die Schamanenkönigin, der, und zwar hier, der Titel von jemand ist, Corwin Doro, erster Wachmann des Hofes, der Abenddämmerung, Kommandant der inneren Mauer. Geh mir nach Hause. Du sagst, der Platz in den Sprechblasen ist nicht groß genug, dann mach das kürzer. Ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil ich hab wirklich gedacht, also, ich hab einerseits gedacht, Chitty Chitty Bang Bang fand ich super. Ich fand Dune super, ich fand sogar das Videospiel zu Dune super, das ich durchgespielt habe. Mein Gott! Aber dann endete bei mir auch schon das Interesse an dieser ganzen Steampunk-artigen Szene. Das ist mein eines Problem. Das zweite Problem, was ich habe, das ist hier wirklich schwere Kost, ja, das ist, das dauert, also, das andere kannst du mal eben so nebenbei auch ein bisschen lesen, aber das ist schon richtig, das dauert. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Findung von Songs für ein Album, manchmal eine ganz tolle Idee, und wir nennen es immer, da hast du aber ein Werk geschrieben. Das heißt so viel wie, wir müssen auch ein bisschen daran denken, dass wir Miete zahlen. Und ein Werk besteht oft aus vielen unnötigen Tonartwechseln und meistens ist es nicht unter 47 zu kriegen. Und sowas veröffentlichen wir sehr, sehr selten. Das ist aber nicht despektierlich gemeint, weil man sich da immer sehr viel Mühe gegeben hat. Und es gibt diesen schönen Satz, Dur ist für die Charts und Moll ist für die Ewigkeit, das ist eindeutig Moll. Und das ist sehr, sehr toll gemacht und tiefe Story und alles Mögliche. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Szene, die dort spielt, bei der ich auch gedacht habe, es ist ein bisschen viel. Und dieses genau, was du beschrieben hast, dieses total komplizierte, das hat mich daran erinnert, so in den 90ern oder in den späten 80ern, haben alle so ein Ziel, Kunst des Krieges gelesen, ein Buch, das glaube ich aus 34 Seiten besteht oder 75 oder so. Das längste hat gedauert, weil wir mit dieser Namensfindung der Chinesen nicht so vertraut sind, immer zu sagen, wer war er nochmal? Er war der Feldherr, also jetzt verstehe ich es wieder. Und ich habe mich hierbei dabei ertappt, dass ich immer wieder zurückblätter und denke, herrgott, was war das jetzt nochmal? Wie war das nochmal? Bei Dune gab es drei Häuser. Es gab den mit den Pickeln, Harkon, dann gab es die guten und dann gab es die nicht ganz so guten. So, Arthritis und den dritten habe ich vergessen. Das war okay und wir haben alle aufs Ding geachtet. Das war okay. Und natürlich ist es eine große Leistung, mehr zu bauen und mehr zu machen. Und bei Lucky Luke musst du dir wahrscheinlich nicht so viele Notizen machen. Hier musst du dir wahrscheinlich erstmal so aufschreiben, wer ist eigentlich was und mit wem ist wer wie verwandt. Und da gibt es auch ganz viele, dieses Halbmaschine, Halbmensch und ich habe gedacht, es liegt daran, dass ich dieser Szene zu erdreckt bin. Aber ich bin sehr froh, dass du als jemand, der selber Comics sein ist, auch sagt, weniger wäre manchmal mehr gewesen. Weil ich habe echt gedacht, vielleicht bin ich auch so alt, dass man sagt, Mensch, bei Spion und Spion war gut, der eine hatte schwarze Klamotten, der andere hatte weiße Klamotten. Da habe ich gerade noch abstrahieren können. Ein bisschen mehr geht auch, aber ich fand auch, dass es teilweise echt ein bisschen viel war. Es ist eine japanische Zeichnerin, aber es ist trotzdem weit vom typischen Manga entfernt, was wir hier haben. Ja, aber es ist ein schönes Zwischending. Ja, ich finde auch, es ist bildgewaltig. Die Hintergründe, wie detailliert die ausgearbeitet sind, das ist schon klasse. Und das auf über 200 Seiten. Aber es ist ein Epos. Es gibt hier fünf verschiedene Stämme, Menschen und menschenähnliche Wesen und Götter und so. Und es ist harte Arbeit, sich da durchzuarbeiten. Ich glaube, es lohnt sich. Und auch die Fortsetzung zu lesen, weil die hat sich schon was dabei gedacht. Es könnte sich lohnen. Aber ob ich wirklich Lust habe, diesen zweiten Band auch noch zu lesen. Ja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und vielleicht darf ich mal als wirklich, wirklich alte lesbische Feministin lesen. Ich glaube, du musst wieder los, ne? Von wegen Matriarchat und starke Frauenfiguren. Genau, Chris, es wäre lieb, dass du da bist. Das ruf dich so an. Vielleicht kannst du mal eben ganz kurz nur dieses Panel zeigen und ihr alle anderen könnt sehen, wovon ich spreche. Und zwar diesen hier erstmal. Kriegst du den? Aber du kommst gar nicht, halt war doch so mal eben. Also gut, da sitzt das Helly da, blättert durch den Comic, respektive Lestin und denkt, ja, gute Titten. Wenn ich jetzt so einen Comic habe von zwei Frauen, die auch eine matriarchal geprägte Welt etablieren wollen, warum habe ich diese Ästhetik, diese Fick-mich-puppen-Ästhetik von allen Schmocks dieser Welt, die uns alle Superheldinnen mit dicken Titten, schmalen Hüften, langen Beinen verkaufen? Warum machst du ein Gesicht? Ist mir nicht aufgefallen, ich schäme mich. Mir fällt es nicht mal auf. Dafür schäme ich mich. Mir ist es total aufgefallen, ich finde gut, dass du das gesagt hast. Gut, dann, pass auf. So, pass auf. Und dann diese Obviously-Symbolik. Also hier Madame, die Protagonistin, hat einen ab dem Arm, hat schon viel Leid durcherlebt, hat den ab dem Arm. Hat ein Symbol zwischen die Brüste, wo sonst, tätowiert. Natürlich. Sieht aus wie ein Auge, das wird auch weiter durch den Comic durchgezogen. Es ist eine Vulva mit einem Auge. Ja, also es ist ein komplett so. Hier, Vulva mit Auge. Ja. Ja, und das ist jetzt irgendwie mein Matriarchat am Arsch der Räuber. Ja. Der Arsch ist das nicht. Und da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob die Zeichnerin, weil die sonst so viele Mangas macht oder so, dass das einfach so drin ist, dass sie sagte, naja, wir wollen ja eine breite Leserschaft ansprechen. Und ich denke... Deswegen haben wir keine normalen Weiber, sondern nur diese Hochglanz-Tippen. Naja, pass auf, und das ist auch interessant. Und da würde ich mich zum Beispiel gerne mit ihr darüber unterhalten, ob das auch... Weil das haben nämlich nur die Hochstehenden. Also es ist ja dieses Kastensystem und das haben nur die Priesterinnen und so. Die haben dann auch nur irgendwelche wirklich, also BDSM-Faschingsmasken hier über ihre Brüste gespannt und so. So, und dann hast du aber die ganzen anderen Frauen, die vorkommen, die ganzen Wächterinnen und so, die sind alle hochgeschlossen. Die sind auch alle praktisch angezogen, wenn ich es jetzt mal. Auch sehr hässlich. Ja, und es gibt eben alles. Aber normal, hässlich am Ende und ja. Und das aber eben natürlich diese ganzen Priesterinnen und was jetzt da, also ob sie sich tatsächlich die Gedanken gemacht haben und gesagt haben, nein, weil die diese Priesterinnen sind und weil die, wir wissen ja nicht, ist es eine Parallelwelt, ist es irgendeine komische Zukunft, ist es einfach so, dass die das einsetzen, ist es Absicht oder ist es einfach, na wir machen das immer so, die müssen halt so aussehen, damit wir überhaupt männliche Leser kriegen. Weil wenn es rein matriarchalisch wäre, so wie wir uns beide das vorstellen, dann wäre es ein Comic für Frauen, naja, das sollen die mal lesen, das will sonst keiner. Aber gut, aber wenn du jetzt... Das ärgert einen, aber es ist so. Finde ich auch, kann ich verstehen, aber ich will jetzt natürlich auf der einen Seite, wenn wir jetzt mal diesen, das ist alles aus dem Vorlaschen, zum Beispiel in welchem Film sieht der Folterknecht oder meinetwegen auch der weibliche Folterknecht spitze aus? Ist mir keiner eingefallen, ich bin jetzt nicht so derjenige, der sagt so von den... Kill Bill? Also Folterknecht sind sie vielleicht nicht, aber da sehen alle nur geile Scheiße aus. Ja gut, aber das ist aber dann auch ein spezielles Spielmittel da. Ja, Stress und es ist Ironie, ja. Also der Folterknecht, das kann man glaube ich hier ohne Zusatz zu spoilern sagen, also da geht es schon ums Eingemachte, was da an Folter geht und wie da zerhackt und zerstückelt wird, da geht es schon um die Wurst im wahrsten Sinne des Wortes. Es werden Magen gegessen und alles Mögliche oder Mägen und das ist schon heftig. Ich habe mir das auch gefragt und habe gedacht, naja, es ist wahrscheinlich auch Teil dieser Ästhetik oder so. Aber ich habe mich das auch ein bisschen gewundert, weil ich das, das war wieder so eine Ebene, die ich dann auch wieder nicht unbedingt gebraucht hätte oder so. Ja, da war auch, also anfangs und da muss ich auch sagen, also es ist wie gesagt zum einen tatsächlich diese Dicken mit Ballons. Anyway, aber auch das in dieser Gefängnisszene, dass dann, ja und dann muss natürlich der Arm abgerissen und dann muss er mit dem Gesicht hier voll in das Ding rein, wo ich denke so, also wie gesagt, das ist auch so ein Ding, wo ich sage, okay, ja, ich muss es nicht gelesen haben, wo ich dann aber auch denke, fairerweise, wenn man sagt, okay, wenn es jetzt starke Protagonistinnen gibt, ein Frauen, äh, Frauen fokussierten Comic, wir haben als Frauen auch das Recht, so eine verschwurbelte Fantasy-Dingse zu haben, wo man sagt, naja, muss ich auch nicht lesen, also wir dürfen auch alles haben, es muss nicht immer hochstehende, alles korrekt, alles 100 Prozent. Und es muss auch nicht immer hässlich sein, aber du bist mit mir d'accord, dass die zu sehr 0815-Titten-Lizzies sind bis jetzt die. Aber vielleicht darf ich nochmal ganz kurz... Ganz kurz sagen, dass eine meiner Ubi-Dubi-Figuren aber auch hier drin ist, ich glaube, das ist ziemlich mangamäßig, das ist der kleine Kappa, dieser kleine Fuchsjunge, der ist so süß, den möchte das Helly zu Hause haben und der versteckt sich immer so lieb, der ist etwas verängstigt, der versteckt sich immer so lieb hinter seinem Fuchsschwanzchen und ich glaube nicht, dass es ein Spoiler-Alert ist, weil es ist einfach nur meine Theorie, dass ich sicher bin, dass der der nächste König wird, oder am Ende dieser ganzen Saga wird dieses kleine Fuchskind, der, glaubst du nicht, das wird der Chef? Ja! Doch, der ist Hundekuchen gut und sowas, was so süß aussieht, das muss doch ein guter Regent werden! Wahrscheinlich! Dann musst du ja doch Band 2 lesen! Weißt du was, Schatz, ich lass dich das alles lesen und du sagst mir irgendwann, wie es ausgegangen ist. Wieso hat die Katze eigentlich zwei Schwänze? Welche Katze? Weil das magische Katzen sind! Ach, die magischen Katzen! Die haben manchmal auch noch mehr Schwänze! Je nach Magischkeitsgrad haben wir unterschiedliche Mengen! Das ist aber auch ein Klassiker, ne? Frauen haben Katzen! Natürlich! Deswegen haben wir Katzen! Natürlich! Also das heißt, mit der Anzahl der Schwänze... Hat das nicht zu tun! Manche für ein Penisneid! Nein, nein, nein! Ich überlege jetzt gerade, das wäre ja eine interessante These! Je mehr Schwänze man hat, desto weiter kommt man im Leben! Ja, ja! Tut mir jetzt leid für dich, Lotto! Aber ich meine, gut, ich kenne jetzt mit deiner Anatomie nicht so aus! Wenn die Kasse die Reduktion bezahlen würde, hätte ich nicht so Rückenschmerzen, aber... Ich danke Martin Kreuder für diesen tollen Witz, den er mir vor Jahren erzählt hat, den ich immer gerne wieder raushole! Wie geht's denn so? Ah, der Rücken tut so weh! Ich wollte nicht viel rausnehmen, vielleicht 15 Zentimeter, aber... Nein, aber ich hab... Ach, ich hab grad die Katze hier! Ja, ja, genau! Mit zwei Schwänzen! Du hast recht, es gibt auch welche mit noch mehr Schwänzen! Und noch dazu, also wie gesagt, weil die Handlung ist ja noch nicht verschwurbelt genug, dann kommen die Katzen und erzählen noch drei Stränge, um die keiner gebeten hat! Das stimmt! Das stimmt! Und jetzt ist die Frage, wird am Ende nicht vielleicht so eine der mehrschwänzigen Katzen der neue Chef von Tjanzel? Nee, 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 nee! Die werden weiter am Hof Berater bleiben, der Füchschen wird's! Du liest alles! Ich muss alles lesen, aber es stimmt, am Ende kommen immer mehr Schaubilder da rein, die hier praktisch nochmal erklären, was für Rassen es alles gibt! Ja! Und dieser Professor TomTom oder so erklärt uns ja zwischendurch dann auch immer noch, wie die ganze Geschichte ist! Genau, um den Namen! Es ist schon, man muss sich nebenbei wirklich so kleine Bildchen malen, um den Überblick zu... Man sollte so eine Liste machen, also wer ist wer, immer nochmal aufschreiben! Das hat schon so Herderinge-Dimensionen! Ein Punkt, oh, nee, was wolltest du? Nee, nee, ich wollte sagen, ich hab ja mal auch eben für den Comic-Talk dieses Saga von Vaughn gelesen, da war ja auch sehr viel los! Dennoch konnte man da ein bisschen besser den Überblick behalten, fand ich so, als vielleicht Laie von Sagen... Steht übrigens direkt hinter dir! Aha, tatsächlich! Hör mal, geile Scheiße! Geile Scheiße! Hast du mal gelesen? Das ist geil! Aber man hat mir versprochen, ich krieg jetzt die anderen Teile! Ich hab ja nur den ersten noch gesehen! Sechs gibt's schon! Gibt's nämlich schon sechs! Und ich hab's ja nicht, egal! Ich kriege! Da wurden auch unheimlich viele Leute etabliert und eingeführt und trotzdem hatte man besser den Überblick als hier bei Monstrous, oder? Ja, ist richtig! Das ist nämlich auch ne Kunst, finde ich! Voll völlig! Also wenn du schon ne Saga erzählen willst, okidoki, aber es ist auch ne Kunst, die Leserin, in meinem Fall mich, nicht direkt nach fünf, sechs, sieben, acht, neun Seiten so zu erschlagen, dass du denkst, okay, wenn ich das jetzt nicht im Comic-Talk besprechen würde, würde ich es mal schön wieder ins Regal stellen! Exakt, ja! Oder? Ja! Was ich da noch sagen wollte, was mir bei dem Band auch aufgefallen ist, der hat ja auch eine sehr spezifische Sprache, der ist ja auch schön in diesem Sagen, Fabel, Tralala und so und da, ich weiß nicht, wie das, also man hat ein, zwei Momente, wo du sagtest, wo man genau weiß, wie die englische Begrifflichkeit war und es wurde so eins zu eins ein bisschen knirschig übersetzt. Fand ich aber nicht so schlimm, aber schwieriger fand ich die Tonale, weil es geht dann von Sätzen wie, das Blut des Halbwolfs ist stark in euch allen, zu, ich hab das ausgecheckt, wo du sagst, Alter, ihr seid in der Fantasy, weil im Mittleralter, da checkt gar keiner irgendwas aus, so und dass man da nicht ein bisschen schaut, dass man... Ich glaube, das sind aber diese Dinge, die, diese Dinge, das machen die, glaube ich, gerne. So, eigentlich sind wir im Mittelalter, ein Stilbruch, das finden die, glaube ich, besonders fluffig und originell und vielleicht auch catchy. Meinst du? Nein, ich... Aber den Eindruck hatte ich auch, ja. Das ist Absicht, glaube ich. Na, in deinem, du hast ja bei deinem, da hat mich tatsächlich auch gestört, du hattest einen Satz, wo das Kanu von, äh, von Asterix und Obelix aus dem Baumarkt ist oder so. Irgendwie sowas war da. Wo ich auch dachte, nee, der Baumarkt, der darf da nicht drin sein, du musst schon da sein. Also wir hatten einmal die Szene, ich hätte gerne einen Helikoptereinsatz befohlen, wenn ein Helikopter schon erfunden worden wäre. Da ist es fair, da wird es erklärt, dass es das noch nicht gibt. Und wir hatten die Situation, dass... Zum Reudigen Kanu das war. Genau, das Kanu aus dem Baumarkt. Ach so, aus dem Baumarkt. Ja, das ist so... Ja. Ja, weil das so umgangssprachlich ist, auch wenn einer so scheiße gekleidet ist, sind so die Klamotten aus dem Baumarkt oder so. Ja. Ja, das ist glaube ich Hamburger Speak. Naja, gut. Ja, also das... Ich bin großer Baumarkt-Fan, also ich bin kein guter Handwerker, aber ich liebe es in Baumarkt rumzulaufen, finde das super. Also ich finde aber, ich weiß genau, was du meinst. Aber wir haben ja bei dem, was ich ja gemacht habe, jetzt nicht diesen Anspruch der großen Kunst. Das wollte ich sagen. Für ihn war ja vor allen Dingen der Charme, da so viel Hamburger Couleur auch reinzubringen. Also bei Monstret ist ja ein Buch, wo du im Prinzip sagen kannst, wenn du jetzt auf diese Szenerie stehst, dann kannst du ja jedes zweite Bild aus dem Buch nehmen und dir drei mal zwei Meter an die Wand hängen, weil das toll gezeichnet ist. Ja. Das wäre jetzt bei einem Asterix- oder Lucky Luke-Band eher ein bisschen schrullig. Aber deshalb fand ich eben, weil du sagtest, weil du sagtest ja also Anfang, dass dich die Magie von dem Buch schon geholt hat und dass du da auch so ein bisschen rein bist. Und ich finde gerade bei so Übersetzungssachen, das geht einem ein bisschen raus und das finde ich schade einfach. Ja, ich weiß, was du meinst. Das hat mich glaube ich nicht so gestört, weil man irgendwie nicht genau weiß, wo ist man eigentlich. Das stimmt natürlich auch. Wo ist man eigentlich? Ja. Und warum sollen die nicht sagen, hör mal, checkst du das nicht oder so? Das war die einzige Sätze, die ich verstanden habe. Ach ihr Lieben, mit euch spreche ich am liebsten. Möchtest du etwas sagen? Nein, nein. Ich warte gespannt auf den nächsten Band und werde dir berichten, wer König wird. Ja bitte. Aber wird es nicht zehn Bände geben oder so? Vielleicht. Also so wie es sich jetzt anlässt, wird es noch ein paar Bände mehr. Wir sind ein alter, wir haben es von mir gesprochen, also ich bin nicht sicher, aber das kann schon noch dauern. So wie bei George Martin, wo du wartest, ob du es noch erleben wirst, das Ende des Films. Ist das noch der Gag irgendwann? Dass man sagt, es gibt immer noch weiter. Und dann kommt die Mutter irgendwann. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich hoffe, wir sitzen so lange hier, dass das Ende von Monstrous erzählt wird. Und dann erzählen wir bitte eine kleine, puschelige Funktion. Das muss unser Ziel sein, dass wir das erleben. Ich gönne es ihm. Wenn es dich erfreut, dann gönne ich es ihm wirklich. Ich werde ihm Daumen drücken, dass er das wird. Lado, ich möchte mich bedanken, gerade bei dir, dass du gekommen bist heute bei unserer ersten Alster-Filmsendung hier vom Comic-Talk. Viel Erfolg dir und deinen Jungs für das Album im Mai. Toi, 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 cross my fingers. Viel Erfolg für den HSV, der kann es brauchen. Wobei, die haben sich jetzt die letzten Wochen gut berappelt. Also alle kein Heimspiel verloren seit, was? 5, 6, 7, 8 Spielen? Wir sind Ende März. Ja, wollen wir mal sehen. Der Chef meiner Plattenfirma hat mich noch gebeten, zu sagen, das Album heißt 360 Grad. Sehr gerne. Und die Single heißt Manuel Neuer. Natürlich. Was ist mit Manuel Neuer? 20 Single. Ach, das ist ja originell. Ja. Und singt ihr über Manuel Neuer? Ich habe von Manuel Neuer ein Autogramm, falls es einer interessiert. Sehr gut. Ja, wir singen über Manuel Neuer, aber es geht dabei eigentlich um diesen Werbespot mit Manuel Neuer. Mit den Schuppen? Ne, die anderen. Mit der Cola. Naja. Weil wir haben immer so Witze gemacht und ich mag Manuel Neuer, ich glaube er ist einer der größten Torhüter, vielleicht der größte, den ich bislang gesehen habe. Finde ich schon sehr sehr nett als Spieler. Ja, Timo Horn folgt ihm dicht, aber gut. Und folgt ihm? Nein, nein, ist toll. Es ist klar. Ja. Trinkt der so viel, er folgt ihm dicht? Nein. Ja. So. Und guck mal. Du pfiffiges. Wir haben immer so Witze gemacht. Wir haben immer so gesagt, Mensch, wenn du willst, sind wir gar nicht in Kiel, sondern wir sind in Manuel Neuer und haben dann irgendwie gedacht, da könnte man eigentlich mal einen kompletten Song draus machen, wo es um die Werbung geht. Es geht darum, würde es uns allen besser gehen, wenn wir einfach mal wirklich alles das tun, was Werbung von uns verlangt. Und in dem Video spiele ich auch einen Cowboy und werde von einem Indianer gejagt. Wir sind wahnsinnig gespannt. Lieber Lotto. Zurecht. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder, weil wir dürfen das ja immer hier in Hamburg machen und du bist ein glücklicher Hamburger Grüße. Bei euch beiden bin ich mir sicher, dass wir uns in Sendung 2 wiedersehen und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Liebe Nerdies im Netz und liebes Publikum, tausend Dank, dass ihr heute Abend gekommen seid. Wir hoffen, wir haben euch ein wenig entertaint, vielleicht auch ein bisschen Appetit gemacht auf den einen oder anderen Comic-Band. Aber wir können mit Musik enden. Weil wir haben nämlich die Naomi Throne hier und den Marc Seebeck. Wie heißt der? Seestett. Seestett. Den Namen der Kapelle habe ich mir aber gemerkt. Sticky Biscuit. Und wir müssen jetzt hier einen kleinen Umbau machen und danach kriegen wir eben noch den wunderbaren Höhepunkt praktisch dieser Sendung, in dem ihr musiziert. Ich würde aber gerne schon mal deshalb Tschüss sagen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von Comic-Talk wieder. Dich hoffentlich bald wieder. Tausend Dank für eure Aufmerksamkeit hier im Publikum und fürs Kommen. Und euch noch alles Gute im Netz da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Bühne frei für die Sticky Biscuits. We were on another date. It was getting rather late. I brought you to your door, like so many nights before. But as you turned to say goodbye, I thought I'd give it one more try. And I leaned over and I whispered in your ear, my dear. Would you like to be my sock puppet? Show me your cunt and let me fist fuck it. Would you let me linger with my palm and all my fingers so deep inside of you? But that's not what you will let me do. You wouldn't be my sock puppet. You told me to buzz off and go shove it. So I went home all alone. Feeling quite forlorn. And stayed up watching porn. Then a few weeks later, you invited me for tea. We sat there quite politely with your extended family. You never told me that your grandma looked like Helen Mirren. I felt something staring. And since you had said no, I thought I'd go and give it a go. Can you guess what I did? Mrs. Applebee? Would you like to be my sock puppet? Would you like to feel my hand a bit? Even though you're old and wrinkly, I could make your eyes all twinkly. If you just let me try. And they say to try it once before you die. Be my sock puppet. Like I'm Jim Henson and you're the Muppet. Would you let me slide my hand deep inside? Cause that's where I like to hide my keys and my wallet and my phone. Be my sock puppet. I'm pretty sure that you'd love it. And now she can't get enough of fitting me like a glove. My glove. Es ist mir wirklich eine Freude und auch eine Ehre, den Mann hier begrüßen zu dürfen, der den Manga in Deutschland wirklich erst nach Deutschland geholt hat, als das Genre hierzulande eigentlich noch völlig unbekannt war. Das warst du. Joe Capps ist hier, meine Damen und Herren. Entschuldigt bitte, dass ich Ihnen jetzt so viel frage, aber ich bin wirklich sehr aufgeregt, dass ich so jemanden wichtigen hier sitzen habe. Versteht? Ach Gott, ich red mich im Kopf und krach. Jetzt ist es vorbei. Vorbei. Jetzt hast du es dir verscherzt. Ihr wisst aber, was ich meine. Wir haben hier die Noelle und dann haben wir drei Kerle heute. Sorry, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Ab wann ist eigentlich ein Buch Graphic Novel, wenn es nicht nur pro Seite eine Pointe hat und eine Geschichte erzählt? Es ist ein kompletter Kunstbegriff. Und auch diesen Epilog, da wird dann im Rückblick gezeigt auf Figuren, die wir in einem einzigen Panel mal ganz kurz gesehen haben. Sowas finde ich zum Beispiel, du musst, um ja dann in so einem Nachspann noch irgendwie da jetzt was für empfiffen zu können, musst du diese Figuren zumindest ein bisschen kennengelernt haben. Und das hast du bei vielen ja eben gar nicht. Deswegen finde ich auch den Aufbau etwas unglücklich. Ich sage ja, das, was wir haben, ist schön. Aber das war mir tatsächlich auch ein bisschen zu wenig. Weshalb auch die alten Comics-Salons, also ich bin da nun auch schon in die Jahre gekommen, wenn man da früher hinging, da gab es ja auch keine Frauen. Da kamen nur komische Typen, die keine Freundinnen hatten und die ihre Heftchen in kleine Plastiktüten gepackt haben. Im Comicladen ja genauso. Du gehörst, glaube ich, dazu, lieber Volker. MASSENGESCHMACK TV Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.